Ihr wollt Gitarre lernen und habt noch kein Equipment? Kein Problem! Es gibt das Deck Starter Set. Alles dabei. Astreine Gitarre, Verstärker, Kabel, Einsatzseiten, Plektron und ein Gurt. Ihr könnt quasi direkt loslegen. Und so klingt das Ganze. Aber das ist noch nicht alles. Der Verstärker kann natürlich noch mehr. Wir haben einen eingebauten Overdrive. Ansonsten ist dann im Verstärker alles dran, was man braucht. Zusätzlich noch ein Input für CD oder MP3-Player und einen Kopfhörerausgang.